Ein grandioser Steintuch, professionelle Visagistinnen und tolle Models und eine Kiste mit Outfits. Was macht man damit? Natürlich ein Fotoshooting. Perfekt organisiert von den Müllviertler Fotofreunden wurde dieses Projekt wahr und ich durfte beim Shooting teilnehmen. Mit dem Film- und Fotomaterial von den Vereinsmitgliedern konnten wir ein Making-of davon gestalten. Die Bilder, die ich dort geschossen habe, bei diesem Shooting, die seht ihr dann am Ende von dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.